Okay, so liebe Freunde, wir schauen uns jetzt das Video Alles ist ein NFT von Schulz an. Let's go, wir sind überhyped. Ja, overhyped. 2021 Mal gucken, wer diese Zeitkapsel jemals finden wird. Ist das laut? Ist das bei euch auch so laut? Wir haben sie endlich gefunden. Teuersten Kunstwerke Das sieht auch so hässlich aus. Real Talk, ich finde, das sieht, ich finde diese, diese Affen sehen auch sau hässlich aus. Ist Geschmackssache, ich weiß. Ich fände es hässlich. Okay, wir müssen ein bisschen zurück in der Zeit. 1636 Tulpen in den Niederlanden waren damals ziemlich neu im Land und dementsprechend sehr wertvoll. Ein paar Handelsmänner kauften, ich glaube, sie sind, ganz viele Tulpen, um die später für viel Geld verkaufen zu können. Immer mehr Leute kamen auf die Idee und der Preis der Tulpen schoss in die Höhe. Und eine Tulpe war nach ein paar Wochen mehr wert als ein ganzes Haus. Ihr Tulpe, hier der Schlüssel. Wow, was ein Drahtel. Dann merkten die Leute, dass das kein nachhaltiger Preis für eine einzige Tulpe ist und haben angefangen, ihre Tulpen wieder zu verkaufen. Das ist doch so dumm, weil Tulpen eingehen und ja, also, dass die sterben halt literarisch. Das haben dann plötzlich alle gemacht und Panik war raus und die Tulpen wurden langsam aber sicher wieder wertlos. Und das hier ist nicht nur der erste Themenblock in jedem BWL-Studium, sondern auch die allererste Spekulationsblase der Menschheitsgeschichte. Dann kam das Internet und ein paar komische Zwischenschritte später entschloss sich 2008 mitten in der bislang größten Finanzkrise der Welt. Eine bis heute immer noch unbekannte Person namens Satoshi Nakamoto. Das Gründungsdokument. Was ist, handelt es sich um die Knollen, äh, nicht die fertigen Pflanzen. Ah, okay, okay, das erklärt es nochmal, okay, okay. Für eine Währung namens Bitcoin ins Internet zu stellen. Eine Währung, die unendliche finanzielle Sicherheit für die Menschheit bringen sollte. Frei von jeglicher staatlicher Kontrolle. Und jahrelang war die revolutionäre Währung namens Bitcoin komplett wertlos. Doch jeder hat den Satz mal gehört. Hätte ich bloß damals Bitcoin gekauft. Hallo, ein Biggesti Bacon bitte. Ein Programmierer hat 2010 10.000 Bitcoins gekauft. Alter, für 12 Euro, überlegt euch das jetzt mal. Du machst aus 12 Euro. Trilliarden. Und alle 10.000 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben. Eine Pizza. Ja, habe ich mitbekommen, stimmt. 100 Millionen wert sein würde. Spulen wir noch ein bisschen vor, landen wir in 2013. Ein einziger Bitcoin ist jetzt 1000 Dollar wert. Der Typ hier hat 220 Millionen in Bitcoin auf seinem USB-Stick. Aber sein Passwort vergessen. Er hat noch zwei Versuche, es einzugeben. Sind sie falsch, wird sich alles auf dem USB-Stick automatisch löschen. Der hier hatte auf seiner Festplatte 182 Millionen Euro in Bitcoin. Und hat die Festplatte damals auf dieser Müllhalde einfach weggeworfen. Er sucht seit 10 Jahren die ganze Müllhalde ab. Seit neuestem übrigens auch mit Roboterhunden. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Und natürlich sind hier und da ein paar Menschen auch... Das ging ja um die Welt, oder? Der Typ, der die Müllhalde abgesucht hat. Das war auch eine Schlagzeile, die ging noch weltweit. Der hatte einfach... Der hat es einfach weggeschmissen. Der war am Arsch. Stell dir vor, du weißt, du bist eigentlich Millionär. Aber du wüsstest nicht, weil du es ja geschmissen hast. Du hast einfach... Du hast einfach Millionen auf die Müllhalde geschmissen. Auch reich geworden mit Bitcoin. Aua. Doch in einer ganz anderen Ecke vom Internet passieren währenddessen ganz andere Dinge. Jeder Mensch spielt gerade Flappy Bird. Twitch ist noch nicht voller halbnackter Frauen. Und Memes übernehmen das ganze Internet. Eines der Memes war Pepe der Frosch. Das Gesicht von Twitch. Und gleichzeitig auch das Lieblingsmeme und Maskottchen von Usern auf 4chan. Es war ein ganz normaler Tag auf dem Internetboard. Doch plötzlich tweetete Katy Perry ein Pepe der Frosch-Meme. Dicht gefolgt von Nicki Minaj. Auch die Konkurrenzplattform Tumblr, mit der sich 4chan schon seit Jahren im Internetkrieg befindet, erstellte plötzlich Seiten über Pepe den Frosch. 4chan gefiel das gar nicht. Und so kam einer auf die geniale Idee, sein Froschbild zu signieren. Und so wurde er geboren. Pepe Nummer 1. Spaghetti Pepe. Die anderen User waren empört. Und ziemlich schnell begannen Diskussionen über die bevorstehende seltene Pepe-Bilder Economy. Einer zeigte in einem Post plötzlich sein ganzes Pepe-Sortiment. Und plötzlich fingen alle anderen auch an, seltene Pepes zu sammeln. Ein paar Leute verschenkten welche umsonst. Andere hingegen zeichneten selber welche. Teilweise auch sehr verrückte Pepes. Einfach um den Markt zu füllen. Einer machte es sich zur Aufgabe von anderen Leuten, die gesamten Pepes zu klauen. Und nachdem schließlich BuzzFeed und andere YouTuber darüber berichteten, boten ein paar Ju- Hat wieder gut funktioniert, dass das hier so eine ganz safe Nummer wird, dass man das nicht kopieren sollte. Die seltensten Pepes, die noch kaum im Internet zu sehen waren, auf Ebay an. Bienen Pepe. Nie. Pepe. Seltene Pepe. Bundle Pack. XXL. Paper Pack. 97 Gebot. 29 Gebot. Nee, das ist doch Käse hier. Also das ist hier ganz großer Schmarrn. Für... Es gibt 29 Gebote. 70.000 Dollar. Für den Schmarrn, oder wie? Ihr habt auch absolut... Das ist wirklich... Das kann niemals real sein. Hey, Real Keeper. Danke dir. 51 Gebot. Und gleichzeitig, irgendwo in Russland, arbeitete ein Typ namens Vitalik bereits an der nächsten Kryptowährung. Er spielte World of Warcraft. Er spielte World of Warcraft. Leidenschaftlich. Seit Jahren. Seine Lieblingsklasse war Hexenmeister. Ist es Unge oder ist es jetzt Vitalik? Mithilfe vom Lebensentzug Zauber war er unglaublich stark. Doch plötzlich ein Blizzard update. Der Zauber wurde genervt. Er weinte sich in den Schlaf mit der Erkenntnis, was für Gefahren ein zentrales, alleinbestimmendes System mit sich bringen kann. Und so entstammt nach einiger Zeit die mittlerweile zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Ethereum. Und genau hier kommen auch die ersten Leute auf die Idee, Bitcoins zu minen. Also ganz viele Computer in einem großen Warenhaus aufstellen, die Bitcoins sammeln und gleichzeitig beten, dass das FBI oder irgendwelche Klimaleute nicht vor deiner Tür stehen. Die Kryptowährungen werden immer etablierter auf dem Markt. Und auch die PayPal-Wirtschaft wird davon betroffen. Erst wurde die Seite Rare PayPal Wallet erstellt. Ein großes Internetarchiv für alle mittlerweile gefundenen PayPal-Bilder. Dort konnte man die JPEGs auch untereinander tauschen. Erstmals für Bitcoin oder die neu erschaffene PayPal-Cash-Währung. Und weil 4chan 4chan ist, schockelte sich das Ganze hoch und dieser PayPal-Homer wurde schließlich für 350.000 PayPal-Cash investiert. Also wirklich, das ist nicht zu fassen. Für dieses Bild zahlt jemand 300.000 Euro, weil er denkt, das ist es. Das ist das Wertvollste. Jeder wird sich drum schlagen. Und wenn ich das jetzt verkaufen würde, wäre das eine Million wert. Ihr habt eine absolute Million. Und das nur, weil das einen Hype hat. Es ist einfach, es hat nichts, es hat keinen wirklichen Wert. Aber einfach nur, weil es einen Hype hat, hat es diesen digitalen Wert. Ein Grundbaustein für den Erwerb von digitalen Kunstwerken mit Hilfe von Kryptowährungen. Und dann kam 2021. Der Kryptomarkt ist gerade in der vollen Blüte. Jeder kann Geld mit Kryptowährungen machen. Hier hat ein Hamster, der durch Röhren läuft, ein ganzes Portfolio vervielfacht. Und dass das geht, sieht auch der Künstler Mike Winkleman, aka Beeple. Er postet seit 13 Jahren täglich digitale Kunst ins Internet. Angefangen mit ziemlich langweiliger Kunst, entwickelten sich seine Artworks immer mehr. Und dann kam er auf die Idee, die ersten 5000 erstellten Bilder beim Auktionshaus Christie's für ein bisschen Geld zu versteigern. Oh mein Gott! 69 Millionen? 69 Millionen? Das war das. Völlig gestört. Da ging ja dann der NFT-Hype richtig los, weil bekannt war, dass man so viel Geld dafür zahlen kann. 69 Millionen. Welcher Idiot gibt 69 Millionen aus dafür? 60 Millionen für ein NFT von seinem Bild. Doch was ist überhaupt ein NFT? Kunst in... Also ist das auch wirklich so gewesen, dass... Also das ging dann wirklich so für 69 Millionen über den Tisch, ne? Das war kein Troll. Das ging wirklich so über den Tisch. Weil ich hab danach nichts mehr weiter gehört. Also es scheint ja alles normal abgelaufen zu sein. Also wenn ja, Wahnsinn. Wahnsinn. In echt kann nachgemalt werden. Und egal wie gut man es macht, ist es niemals eine exakte Kopie vom Gemäld. Bei digitaler Kunst ist das anders. Man könnte die Datei nehmen und hätte eine exakt gleiche Kopie. Um genau dem vorzubeugen, wurden NFTs erfunden. Jedes Bild wird mit einem Code ausgestattet. Und hast du den Code von diesem Gemälde, kannst du nachweisen, dass es tatsächlich auch dir gehört. Man kauft jedoch nicht das Bild an sich, sondern nur den Code, der zu dem Bild führt. Man kauft auch nicht die Rechte an dem Bild. Man kann das Bild also auch nicht vermarkten. 2021 wurde ein NFT von dem Buch Dune für 2,6 Millionen gekauft. Der Käufer postete stolz, dass er aus Dune eine Serie machen will und die Netflix verkaufen möchte. Nur um dann vom Internet und sehr lustigen Schlagzeilen gesagt zu bekommen, dass das nicht gehen würde. Wir haben die Auktion gewonnen. Wir werden daraus eine Serie. Ich hab die Auktion gewonnen. Ich will daraus eine Serie machen. Hallo. Ich will die Bibel 2 veröffentlichen. Also, wozu braucht man nun NFTs? Sie können gut sein, damit Künstler ihre Werke im Internet verkaufen können. Oder stell dir vor, du hast wirklich vor, da mit einem Film zu machen. Nur deswegen gibst du so viel Geld aus. Nimmst einen fetten Kredit auf. Wobei, wer gibt bitteschön schon dafür einen Kredit? Und hast voll so schon deinen Plan, was du machen wirst. Und dann sagen die, nö. Und du bist einfach, du hast dich verzockt und bist am Arsch. Oder damit man digitale Eintrittstickets für zum Beispiel Konzerte, individualisieren kann. Oder nun ja, man macht das, was alle machen. NFTs kaufen und versuchen, sie für mehr Geld weiter zu verkaufen. NFTs sind, als würde man in einem Laden Lebensmittel kaufen und nur mit dem Kassenzettel nach Hause gehen. Guckt mal Leute, ich hab die Lebensmittel da drin gekauft. Als andere Künstler sahen, dass Beepils NFT für 69 Millionen verkauft wurde, fingen auch diese an, ihre Werke ins Internet zu stellen. Dann kam der Macher von Niencat auf die Idee, seine animierte Katze als GIF im Internet zu verkaufen. Und kurz darauf fingen alte Meme-Legenden an, sich oder ihre Werke im Internet als NFT zu verkaufen. Erst war es Badluck Brian. Nein. Badluck Brian. Stabiler Typ. Dann die Keyboard-Katze. Und langsam aber sicher wuchs der NFT-Markt immer mehr. Mehr Schlagzeilen. Mehr gute Kunst, die verkauft wurde. Mehr Meme-Legenden, die sich als NFT vermarkteten. Und ein traumatischer Lockdown später waren NFTs plötzlich im Mainstream angekommen. Und hier sahen die Leute, dass man mit NFTs Geld machen konnte. Auch ohne viel Talent zu besitzen. Und somit begann ein bis dato noch nie gesehener digitaler Goldrausch um NFTs. NFTs. NFT. 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 Unfassbar reich werden. One Million Dollar. Aber irgendwie ist der Hype rund um NFT, also man kriegt gar nichts mehr mit, oder? Kriegt ihr noch großartig was mit mit diesem NFT-Zeug? Also nachdem das alles sich herausgestellt hat, dass 80% bei OpenSeaWorld oder Open, doch, OpenSeaWorld, glaube ich, dass es mehr als 80% Scam ist, seitdem hat keiner mehr irgendwas über NFTs großartig erzählt. So, die, die Bubble rund um dieses Ape, wie heißen die, Ape, Ape? Ich wollte gerade sagen Apecrime. Bored Apeyacht. Die, die Bubble rundherum, die feiern sich zwar immer noch gegenseitig, aber ich glaube, irgendwie, ja, das verläuft sich dann auch irgendwie im Sande, oder? 69 Million Dollar. Erst wurden ziemlich viele zweitlassige Bilder gemalt. Leute holten plötzlich ihre kreative Ader raus und versuchten, andere davon zu überzeugen, dass das hier Kunst sei. Und außerdem tausende an Euros wert. Wie wär's mit Screenshots aus Filmen und einfach mit ein bisschen Paint drüber malen? Ja, das ist 35.000 Euro wert. Berühmte Fotos nehmen, irgendwelche Filter drüber klatschen und größer wird meine Gemälde-Kollektion. Steine in verschiedenen Farben für eine Million Euro. Oh, die wurden tatsächlich auch gekauft. Hier habt ihr noch mehr Steine. Komm, wir klauen einfach Meme. Das kann nicht sein. Wer gibt denn so viel Geld für Steine aus? Und, äh, oh, warte, das machen ja andere schon. Die Wiese da vorne könnte mindestens 20 Euro wert sein. Der Himmel sieht heute wirklich schön aus. Hey, guck mal, ein Straßenschild. 80.000 Euro. Ich nehme einfach meine Selfies und lade sie hoch. Darauf kommt sicher kein anderer am Internet. Oh, der Junge hier hat bereits mit seinen Selfies mehrere Millionen an Euro gemacht. Okay, fuck. Mein Fortnite-Victory-Royal. NFT-Kollektion von Diktatoren. Das Documents ist aus dem Internet gezogen. Andere NFTs runterladen. Einen Strich aufmachen. Und selber verkaufen. Flaggen von Ländern. Okay, das ist, das ist stonk. Das ist stonk. Du nimmst einfach ein bekanntes NFT. Machst einen Screenshot. Und machst einfach nur einen Strich drauf. Und dann sagst du, es ist dein eigenes. Das ist natürlich, aber ich weiß nicht, wie das so ist in diesem Urheberrecht. Bilder von meiner Hand. Meinem Finger. Und sowas mit meinen Beinen. Das ist sehr einfallsreich. Das ist einfach deine Arbeit ist, einen Screenshot zu machen und einen Strich drauf zu malen. 50 Euro oder vielleicht doch 30.000 Euro. Einfach eine einzige Farbe verkaufen. Okay, jetzt bleibt mir keine Wahl mehr. Ich ziehe mich nackt aus. 40.000 Euro. Okay, warte. Es gibt bereits eine ganze Seite, wo Leute ihre Nacktbilder als NFT verkaufen können. Okay, was zum Fick soll das hier sein? Und jetzt denkt zurück an die Tulpen. Das Einzige, was ein NFT-Preis bestimmt, ist die Nachfrage. Also so viel, wie jemand anderes bereit ist, für dein Kunstwerk auszugeben. Diese NFTs hier kosten 100 Billiarden. Das ist mehr Geld, als es überhaupt auf der Welt gibt. Der ganze Markt war schließlich voller NFTs, die eigentlich nur wertloser Müll waren. Und plötzlich fingen die ersten Stars an, ihre eigenen NFTs zu verkaufen. Jeder ist auf den Zug aufgesprungen. Von Lionel Messi bis zu Mr. Bean, Firmen wie Taco Bell oder Coca-Cola machten mit. Und auch ein paar deutsche Promis fingen an, NFTs anzubieten. Das ganze Internet drehte sich nur noch um NFTs. Ich habe diesen Affen für 100.000 gekauft. Soll ich ein Haus oder einen Affen kaufen? NFT, 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 NFT. Und so wurden sie geboren. Die legendären NFT-Raubüberfett. Bei dem Internetrolle und Leute, die absolut nichts mit NFT zu tun haben wollten, anfingen, NFT-vernaute Menschen zu trollen. Hör aus, meine NFTs. Ja, das ist ja gut gemacht. Stopp. Denkst du, es ist witzig, meine NFTs zu klauen? Lösch den Screenshot. Hör auf den Besitz von anderen Leuten zu klauen. Das ist deine letzte Wahn. Guck mal, ich habe bei den NFT... Hier über drei Fotos. ...unseren NFT. Der NFT hier ist wirklich... Krass, ich habe den gleichen NFT. Und so brach ein ganz... Das unter jedem Bild waren immer die Screenshots nochmal. Es ist so geil gewesen. Wirklich. Es wurde einfach am Bild gemacht, aber drunter wurde geschrieben, hier, guck mal, ich habe das Gleiche zufälligerweise. Aber besitzt du auch das Echtheitszertifikat? Hast du den originalen Link? Ich glaube es nämlich nicht, ja. ...und zeigen Krieg zwischen NFT-Hardlinern und Trollen im Internet aus. You think it's funny to take screenshots of people's NFTs, huh? Erst hat es mit ein paar Leuten angefangen. Dann machten ganze Firmen bei der mittlerweile Sport mit, NFT-Leute zu dissen. Screenshot das. Jetzt bist du reich. Hä, ist das Rezo? Warte ganz kurz, ich habe gerade Rezo hier gesehen. ...bei der mittlerweile Sport mit, NFT-Leute zu dissen. Screenshot. Hä, ist doch Rezo, oder? ...schott das. Jetzt bist du reich. Der hier hatte ganz andere Dinge mit dem NFT von jemandem vor. Wack es nicht! You need to stop screenshotting and... Hier hat jemand 100 NFTs von Furries zu einem zusammengefügt und es für 100... Schöner mit dem Stinkefinger drauf, auch sehr nice. Was ist so negrüßig? ...$1.000 verkauft. Einer hat 10.000 von den hässlichen Löwen-NFTs hier zu einem großen Mosaik zusammengefügt, in dem eine Person rechts klickt. Ein ganzer Doom-Mod, bei dem man üben kann, hässliche Affen-NFTs zu screenshotten. Eine ganze Seite, mit der man mit einem Klick alle NFTs auf der Blockchain runterladen kann. In der NFT hier ist es so hässlich, dass man hier nicht mehr screenshotten wollte. NFT-Leute haben dann versucht, dem entgehen zu worken, indem sie den Begriff Recht-Klicker-Mentalität einführten, um andere zu degradieren. Wie geil ist denn bitte dieses... Was ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? Aber wie er es macht und wie er guckt, macht mich glücklich. Twitter führte dann ein Hexagon-Profilbild ein, mit dem man sein NFT mit den Handelsplattformen verlinken konnte. Das kam nicht sehr gut an und hat die Sache eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Und hier fingen auch die restlichen Promis an, NFTs anzubieten. Erst nahm man uns auf diese Weise Johnny Sins. Dann Eminem, der sogar ein ganzes Musikvideo zu den Affen-NFTs released. Dann Hasbulla, KSI. Ein deutscher YouTuber verkaufte sogar sein Lamborghini für ein NFT. Der hier hat gleich seine ganze Niere verkauft. Ich habe starke Schmerzen und ich kann es dir vorstellen, dass es stimmt. Hier fing man dann noch an, alte Legenden wie Bob Ross oder Stan Lee, also Leute, die schon lange tot sind, auszugraben, um NFTs unter ihrem Namen zu verkaufen. Will ich wirklich zum Grabschünder werden? Na klar, will ich das! NFTs sind unter anderem so hässlich, weil sie mithilfe von Pro... Warte mal ganz kurz. Bei einer Sache muss ich mal sagen... Na klar, will ich das! Ich finde, falls ihr Chio kennt, ich finde, der sieht aus wie Chio. Der sieht doch eindeutig aus wie Chio. Sag ich jetzt Chio. Ne, nicht Chio. Chio. Der hier. Brunner von meinem... Nein! Warte, das ist eine Reaction. Das ist er. Ja, der sieht genauso aus. Der hier... Also der hier sieht genauso aus wie der hier. Der hat sogar eine Brille auf und der hat auch eine Brille auf. Das ist einfach Chio. Das ist einfach genau das Ebenbild von Chio. Man könnte fast meinen, das ist ein Porträt. Irgendwie schon, oder? Es ist er. Das ist er einfach. Ich mach da keine halben Sachen. Ich kenne nur Chio-Chips. Okay, ist auch okay. Unter anderem so hässlich, weil sie mithilfe von Programmen, die verschiedenen Körperteile aneinanderreihen, erstellt werden und deshalb rein ästhetisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und eines dieser Bilder hat eine Menge... Typisch, guck mal, ist hier. Irgendwo im tiefen Schnee von Russland fing 2017 eine Frau namens Christa Sudmales an, Bilder von Männern als Kunstprojekt hochzuladen. Eines Tages fanden 4chan-User, wer sonst, ein von diesen Männern. Giga-Chat. Giga-Chat. Der heißt übrigens auf Instagram Berlin. Nein, ein... Ich glaube, er heißt ja einfach nur Berlin oder so, oder irgendwie was mit Berlin. Perfektes Kind, pure Männlichkeit, pures Testosteron. Bin nicht schwul, aber ich würde sein Cocklo... Wie will ich damit mithalten? Ich werde als Jungfrau sterben. Daraufhin macht man sich jahrelang auf die Suche nach der Identität des Mannes, der an diesem Tag... ...der Giga-Chat getauft wurde. Vier Jahre später erfuhr man schließlich, dass er von den Memes gehört hat, aber jegliche Art von Business-Anfragen und Interviews ablehnen würde, weil er mit keinem kooperieren möchte und nicht wüsste, was ein Podcast sei. Der Mann namens Ernest Kalimow wurde schließlich zur Legende und prägt... Warte, auf Instagram heißt er irgendwas mit Berlin. Ich habe den nämlich vor kurzem erst da gesehen und dachte mir, hä? Warum trägt denn der den Namen Berlin da drin? Berlin 1969. Ich denke mal, das ist er auch, hä? Das ist er doch. Das hier ist Giga-Chat. Und der heißt Berlin 1969. Ich mache hier keinen Scheiß. Den habe ich erst gesehen. Junge, aber guck dir das doch mal an. Das kannst du keinem erzählen. Ein sehr naturaler Körper, wenn ihr mich fragt. Ich habe ungefähr einen ähnlichen Körper, aber für mich ist es immer noch ein Lauchgestalt. Deine ganze Generation. Bis heute sammeln sich noch zahlreiche Anhänger unter dem Kommentarbereich von Und disliken fleißig alle anderen ohne ein Giga-Chat-Profilbild runter. Bis man schließlich erfuhr, dass es diesen Mann nicht gibt. Hör auf! Die Künstlerin photoshoppte die verschiedenen Models von ihrem Projekt jeweils zum perfekten Bild von einem Giga-Chat zurecht. Als Tribut zu ihrem Vater, der bereits seit Jahren verstorben ist. Mal ist es ihr Freund, mal ist es ihr Freund. Es ist nicht Giga-Chat. Das ist bloß Gefotoshoppt. Das ist einfach bloß gefotoshoppt. Das ist einfach 300.000 Likes. 485.000 Likes. Ihr wart einfach mit dem GIF kommentiert. Das habe ich noch nie gesehen. Hier wurde mit dem GIF kommentiert. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das geht nur bei Giga-Chat bestimmt. Das ist ein anderes Model. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Aber den Giga-Chat gibt es in menschlicher Form nicht. Denn er lebt bereits in uns allen. Es ist nur unsere Aufgabe, ihn zu erwecken. Ja, okay. Auch der Giga-Chat wird heute als NFT verkauft. Der NFT-Markt erreicht die Schließsicht in Höchststand. Und damit die Preise nicht noch weiter sanken, kam die NFT-Community schließlich auf ein paar geniale Wege, um ihre Kunstwerke zu bewerben. Wahrscheinlich ist Dankeschön für die 50 Bits. Wir sehen gerade, wie Ollis Welt einfach zerstört wird. Deswegen Trost-Bits. Er ist wirklich traurig. Und wer hat voll aussehen zu lassen? Diese Künstlerin verkaufte 14 Gläser. Und sofern du einen exklusiven Fart-Jar-NFT dazukaufst. Eine ganze TV-Show mit Mila Kunis und echten Kutscher, die du nur gucken kannst, wenn du einen Teil von der NFT-Kollektion gekauft hast. Oh, shit. Wer cool im Boden? Eine Zeit lang war der ganze Times Square voller NFT-Werbung. Leute trugen ihre NFTs als Kette. Wer braucht eine Rolex, wenn man das hier haben kann? In weinenden Affen. Weiß ich jetzt nicht. Sogar die Leinwand von r slash place wurde beschmutzt mit Werbung für Scam-Projekte, die Gott sei Dank als Streamer dann relativ schnell vernichtet. Black it out completely. Fuck NFT. Ziemlich kontroverse NFT-Prospes. NFT-Serien, die umsonst zu schauen sind und dann komplett gedislykt werden. NF-what? Non-fungible token? Non-fuckable token? All you need to know. Twitter-Spaces, wo Leute ihre NFTs roleplayen. Excuse me, what the fuck? Und was glaubt ihr passiert, wenn man einen Goldblock, der 11,7 Millionen Dollar wert ist und 200 Kilogramm wiegt? Einfach so, mitten in New York aufstellt. Nun, das Internet macht das, was es am besten kann. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Keine Sorge, ich hab schon immer dafür trainiert. Fortnite, Fortnite. Okay Boys, wie können wir diesen Goldblock, der von vielen Securities bewacht wird, am besten stehlen? Helikopter mit einem Magneten dran, sollte mehr als genug sein. Oh, scheiße. Oder vielleicht doch fortgeschrittenere Technologie? Okay, what the fuck? Ich verkaufe einen NFT. Okay, wir brauchen den Mann von Game of Thrones, der den Goldblock einfach wegträgt. Ein Enterhaken. Zu kompliziert. Eine Käsefirma stellte plötzlich daneben eine riesige Käsepackung auf. Nun. Hey, das kann mir keiner erzählen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das real ist. Auch der Goldblock war ein NFT-Stunt, der ziemlich in die Hose ging. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid obdachlos. Und plötzlich ist ein fucking Goldblock vor euch und man sagt euch, das ist Werbung für ein Non-Fungible-Token-Drop, Bro. Der Würfel wurde nach einem Tag wieder weggefahren. Und jetzt wieder zu den anderen Werbemethoden. Eine Dating-App ausschließlich für Leute mit einem Affen-NFT. Die scheiterte daran, dass sich zu 98% Männer anmeldeten. Wer hätte es gedacht? Eine ganze Insel namens Cryptoland. Sofern du ein NFT besitzt, darfst du auf dieser Insel leben und mit anderen NFT-Kryptokumpeln coole Sachen unternehmen. Woran das Projekt schließlich scheiterte? Was wird das Einwilligungsalter in Cryptoland sein? Mental erwachsen sollte mehr als genug sein. Tötet sie alle. Und schließlich der Bored Ape Yacht Club. Die größte NFT-Community, die man überall im Internet für unfassbar hohe Preise zu sehen bekommt. Eminem, Post Malone, Justin Bieber, wirklich jeder. Ja, du hast da auch einen Snoop Dogg. Snoop Dogg hat mit Eminem einen Song rausgebracht, der nur für dieses verdammte NFT gemacht wurde. Das ist so traurig gewesen. Redete über die größte NFT-Kroduktion von allen. Das ist dein Ape. Wir haben das auch nur gemacht, weil die Werbungen. Das ist wie Steak. Steak hat auch alles gekauft. Und Bored Ape, die sagen ja zwar, nee, haben sie nicht und die machen da alle freiwillig mit, aber warum sollte denn, warum sollten die größten Promis, die ohnehin einfach, die brauchen eigentlich die Scheiß nicht, warum sollen die das machen? Freiwillig, ich check das nicht. Das ist doch nicht cool. Was ist denn daran cool? Das ist einfach hässlich. Als Clubmember bekam man verschiedene Vorteile und konnte diesmal tatsächlich seinen Affen-NFT vermarkten. Ein ganzes Festival wurde exklusiv nur für Leute mit diesem NFT veranstaltet. Der VIP-Bereich ließ zu wünschen übrig, aber die Partys und Veranstaltungen um diesen Club waren ziemlich riesig. Leute tätowierten sich das Logo, trugen Hoodies, verkauften Merch, ganze Restaurants wurden gegründet, Cover auf dem Rolling Stones Magazin, überall war das Bored Ape Yacht Club Logo zu sehen. Und kommt es euch bekannt vor? Das hier ist das Logo. Ja, liebe Freunde, dazu habe ich by the way auch ein Video gemacht und leider hat es fast niemand gemacht. Es hat nur einer ein Video dazu gemacht und das war dieser Filien im amerikanischen Bereich, aber in Deutschland hat es glaube ich niemand gemacht. Außer in YouTuber, glaube ich, mit 1000 Abonnenten, das ist auch richtig traurig. Logo der nationalsozialistischen Waffen-SS-Schutzstaffel. Und dann wurde ich noch kritisiert, deshalb, weil das ist ja alles aus der Luft gegriffen. Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn das hier aus der Luft gegriffen ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also da tut mir ja wirklich alles weh, wenn das aus der Luft gegriffen ist. Große Schmerzen, liebe Freunde, große, große Schmerzen. Ist das Logo der nationalsozialistischen Waffen-SS-Schutzstaffel. Oh, fuck. Exakt 18 Szenen. Gleiche Anreihung, gleiche Schrift, gleich positioniert. Nun ist kann sein, dass die vier Gründer vom Bald Ape Yacht Club Fortune-User waren und es witzig fanden, subtile rechtsradikale Botschaften in den NFTs zu verstecken. In jedem der vier Namen der Founder sind versteckte Anspielungen zur NS-Zeit. Im Bald Ape Yacht Club-Videospiel kann man auch ganz zufällig mit einer sehr verdächtigen Form schießen. Und eventuell wurden auch viele geheime Zahlen und Codes in NFTs versteckt, um sich über die NS-Zeit lustig zu machen. Wer will, kann sich dazu das 1 Stunden Video hier angucken und die Verfahren dazu sind immer noch am Laufen. Doch Scams existieren schon immer in der Kunstgeschichte. Vor ein paar Jahren hat jemand mal eine unsichtbare Skulptur für 18.000 Dollar verkauft. Es ist gelappt, oder? Hä? Jetzt, 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 Quatsch. Der unsichtbaren Skulptur wird verklagt von einem anderen unsichtbaren Künstler. Diese Banane an einer Wand festgeklebt ist 120.000 Euro wert. Und dann wurde die Banane gegessen. Und auch mit der digitalen Welt voller Influencer und Krypto-Hypes kam eine neue Art des Betriebs dazu. Der weltberühmte Pump & Dump. Irgendeine Kryptowährung erstellen. Sehr viel Geld reininvestieren. Diese dann künstlich hochhypen, indem man Follower kauft oder Frauen auf Fiverr bezahlt, die sich die Währung auf den Köpper malen. Alle anderen investieren jetzt auch in die revolutionäre neue Kryptowährung. Und der Chart sollte jetzt ungefähr so, so oder so aussehen. Nimm mal dein Geld, mach Profit, lösch alle Profile und versteck dich irgendwo auf einer Insel. 2.168 Trill... Natürlich ist es aus der Luft gegriffen. Das eine ist ein Affenschädel und das andere ein Menschenschädel. Stimmt, danke. Berliner, das ist nochmal... Danke, dass du es nochmal deutlich nochmal zeigst. Squid Game Coin erweist sich als Millionenbetrug. Meine 2,8 Millionen Dollar sind jetzt 1.000 Dollar wert. Man verliert Geld für die Hochzeit wegen Kryptoscam. Versucht ein Laden auszurauben, um Geld wiederzubekommen. Landet zwei Jahre im Knast. Behörden fahnden weltweit nach OneCoin-Erfinderin. Die ist jetzt übrigens die siebt-meist gesuchte Person der Welt. Kryptowährung Startup verschwindet mit Benis-Nachricht. Und im Mai 2020... Das ist wieder, das ist doch safe ein Joke, oder? ... ist die siebt-meist gesuchte Person der Welt. Kryptowährung... Eine Kryptowährung Startup verschwindet über Nacht in Investoren-Geldern. Übrig bleibt nur eine Penis-Nachricht. Ihr hatt als Abschied Penis geschrieben. Da muss ich dringend los. ... Startup verschwindet mit Benis-Nachricht. Und im Mai 2022 kam dann schließlich der Krypto-Crash. Und zeitgleich sank auch immer mehr das Interesse für NFTs. Es ging schon lange nicht mehr um Kunst. Und immer mehr Betrugsvorfälle und Scams machten Schlagzeilen. Was die öffentliche Begeisterung der Leute für Kryptowährungen und NFTs enorm sinken ließ. Es gibt tatsächlich auch heute noch ein paar Events. Aber bei den meisten Events kamen gefühlt keine Leute mehr. Die meisten Menschen haben... Warte, warte, warte. Die waren aber gut gefüllt hier. Die Events waren aber hier gut gefüllt. Lohnt es sich dann überhaupt noch, sich auf die Bühne zu stellen, wenn du einen Vortrag hältst vor... Das kannst du ja an der Hand gefühlt abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute. Und die in der hinteren Reihe, die chillen nur am Handy wahrscheinlich. Die meisten Events kommen gefühlt... Ja, was nochmal. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist es, Leute. Der Hedgepock drauf. Keine Leute mehr. Die meisten Menschen auf dem NFT-Markt machen heute Geld damit, indem sie ihre Kunstwerke untereinander verkaufen. Zusammengefasst. Hey, halte das und du wirst reich sein. Hey, halte das und du wirst reich sein. NFT-Projekte von Firmen und Entwicklern wurden gekannt und NFTs wurden Stück für Stück gemeinsam aus dem Internet gemobbt. Damit die Welt wieder zu ihrer vollen Reinheit zurückkehren konnte. Und heute? Der erste Tweet auf Twitter-NFT, der für 2,9 Millionen Dollar gekauft wurde, ist heute 270 Dollar wert. Logan Pauls NFT für 620.000 Dollar ist heute 10 Dollar wert. Der Stein für 1 Million Dollar wurde für 1 Cent verkauft. Justin Biebers NFT für 2,9 Millionen ist nur noch 69.000 Dollar wert. Willkommen! Sehr gutes Video von Jules. Sehr, sehr gutes Video von Jules. Gehe ich dir das so unfassbar aufwendig in 20 Minuten Banger rausgekloppt. Das ist so immens viel Arbeit. Respekt dafür. Vielen Dank für's Zuschauen. Kings NFT content. Vielen Dank.